Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed. In dem letzten Part haben wir alle Masiav oder Masiav oder was auch immer Flaggen hier in unserem Dorf geholt. Jetzt steht es an die gesamte Weltkarte aufzudecken, wir haben uns fehlen ja noch zwei Aussichtspunkte. Die holen wir jetzt nach. Leider kann ich kein Schnellreisesystem machen, das heißt ihr müsst mit hin zum Weg. Tut mir leid, aber ich habe keine Lust einfach nur hier zu laufen und keinen Part zu machen, das ist doch eigentlich was. Ihr müsst voll dabei sein. Jede Menge Gegner, jede Menge Fails. Oh, das wird schön. Wir reiten nämlich jetzt einfach durch, wir werden... Also zu Fuß dauert, glaube ich, ewig, dann brauche ich zehn Parts, bis ich dann da bin. Deswegen schwing dich drauf und los geht's. Voll in Aktion, das fährt. Ja, Richtung Jerusalem müssen wir, wir reiten einfach alles durch, das ist mir so scheiße. Egal, wir werden da nicht drauf achten. Zack. Ja, letzter Part war sehr erfolgreich mit den Masiav-Lagen oder Masiav. Ach, keine Ahnung, wie es heißt. Ist mir scheißegal, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt machen wir den Rest mit der Weltkarte. Das ist auch nicht schlecht, ich gebe auch einen kleinen Erfolg. So muss das. Ach. Jerusalem umlandt. Zieh meine Ahnung. Das ist ja sprichlich schick und fein. Wenn Ihnen die Messer ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat in Masiav auf oder bestehlen Sie einen Gangster. So, Delle. Wir sind im Unland. Und wir reiten wieder zurück. Könnte ich mal nicht. Ja. Ja, ja, stopp. Wir machen den Rest schon alleine. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Alles klar. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, ne? Und die meinen mich attackieren zu müssen. Nicht falsch gelaufen. Ich schätze ja. Oh. Ja, ja. Das habe ich mir auch halt gedacht. Jetzt! Nimm das Pferd! Pferd! Nein! Nimm das Pferd! Pferd in Ruhe. Ja, es war ein Umweg. Toll. Kommt auf Freude auf. Oh, Mann. Gut, es geht halt darum, dass wir einfach mit den Pferden kommen. Das ist scheißegal, ob die Truppen sind oder nicht. Checkpoint erreicht. Super. So, wo wird es nicht. Da ist er. Alter, was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Kann ich irgendwie entkommen? Das wäre echt geil. Geh weg da! Meine Güte! Ja! Was macht der? Alter, ja! Ich krieg so viel! Alter, ja! Heilige Mutter Gottes, du hattest die Chance, Alter! Einvollhaufen, bitte! Oh, meine Güte! Leute, das kann doch nicht wahr sein, Alter! Ihr, wieder so ein Date ist. Oh! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich geh kaputt. Wo kann ich denn hier unbedingt klettern? Hier? Das schaut gut aus. So, der Fenster aus, jawohl. Oh, Mann. Alter, ihr. Steht vor dem Heuhaufen, weiß, was man damit anfangen kann. Ach, den Sprung machst du nicht, ne? Ist klar. Leute, ich hasse das nicht, ey. Mann, 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 ey. Dann da, und dann ist gut. Dann ist der nächste Aussichtspunkt da, und dann haben wir es auch schon geschafft. Sehr scheiß total. Ja, wir waren falsch. Ja, wir waren falsch. Ich komme auch gerade nicht parat, ne? Also... Ihr seid zu langsam! Für mich! Unsere Daten hier stehen, nice. Wo ist denn der andere Turm, ne? Da ist er. Der hat laufen hinterher. Das ist er. Fass ihn! Fass ihn! Der hat mich rückend. ich glaube es ist eine zeit zu kämpfen oder wir können dann einfach mal hier hoch scheiß drauf die sehen uns nicht scheiß drauf so muss es doch laufen leute erledigt die sind hergelaufen sind die ganze zeit ist ja geil geil ist das doch richtig aber ist ja was wir gehen den anderen weg scheiß drauf die scheiß drauf ist mir auch relativ egal wir werden jetzt nur noch mal akkorn oder haben wir es auch schon geil wir haben die Weltkarte geführt erforscht das ist auch sehr sehr nice einfach nur gerade aus ins grünere Gebiet sag ich jetzt mal wir können wir können natürlich jetzt auch gucken ob wir alle Templer erledigen und alle den ganzen scheiß hey leider weggegangen was ist denn da los ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl ich fände hier irgendwie falsch so ist hier richtig da ist es richtig da ist es richtig da ist es richtig oder ich bin vielleicht doch ein bisschen langsam weil ich hier jede menge ja nebenmissionen mache die ganzen leute beschützt obwohl es eigentlich ja nicht sein muss Alter wo reiten wir hier lang sind wir hier in Mordor oder so ein Templer sehen wir das Spring Epona über das Gerodotal ok macht nix macht nix wir haben nochmal einen Anlauf komm ja meister fertig was ha ah schaffen wir das schaffen wir das ja nix ne wollen wir hier durch nochmal aber wieder ein Templer eine Assassine haltet ihn auf ok wir müssen da nach rechts galoppier wir haben die Palme abgerissen bekommen oder was denn die das ist von die Ruinen, oder? zu spät leute zu spät nicht mehr zu schnell für euch Können wir ein neues Gebiet betreten, bitte? Boah, da rennen wir jetzt voll durch, ja? BAM! Ich hoffe ja mal, dass es aufhört, dieser Alarm, wenn wir in Acon sind. Wenn sie entdeckt wurden, schlagen sie Haken oder klettern sie über Gebäude, um den Sichtkontakt zu den Verfolgern zu unterbrechen. Ja, ja, ja? Sieht gut aus. Komisch, dass wir die irgendwie, die da draußen sind, so einen bösen Eindruck erwecken und die, die hier sind, ganz normal sind. Verrückt. Scheiße. So, da gehen wir jetzt mit. Ich nehme mir einen kurzen Schluck aus dem Mineralwasser. Den Rad an den Wagen. Sprudelt in der Kehle. So kommen wir allzu bald in die Stadt. Das ist wunderbar. Und damit hat der Part auch schon sein Ziel erreicht. Boah, das Ende. Puh. Gucken, was Acon für uns birgt. Muss man noch weitermachen? Ich glaube eigentlich nicht, aber ich lasse es wieder mal, bevor wir an den nächsten zwei und vier da vorbei sind. Ja, Mann. Ja, ja, macht uns lieber Platz. Hier ist die Hood. Hier ist die Hood. Jabba, weh. Den Fortbettler. Hast mich gerade Bettler genannt. Pass auf. Ja, Leute. Jetzt die Wend-Acon. Zeit für die Behinderten wieder mal. Gibt es hier ein Nobelviertel? Das ist Tatsache. Wir waren wieder im Abendviertel. Ach, wieso? Ah, doch, wir gehen ins Nobelviertel. Ich würde gerne mal das Bürgerviertel sehen. Was ganz normal ist. Gut. Nichtsdestotrotz. Wir gehen da den Aussichtspunkt erforschen. Müssen drei Nachforschungen wieder mal machen. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Part, Leute. Und ciao. Ciao.